Hallöchen und Willkommen zurück zur Spark Challenge. Für mich sind wieder ein paar Tage vergangen und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen wollte. Ich kann mich noch erinnern, hier hat mir irgend so ein scheiß Kripper, mein Jarves, die ich jetzt erschossen, was ich schon geflickt hatte. Ah ja, okay, das ist immer nicht schlecht dann. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube meine, oh, ah, ja, oha. Versauben. Ich hatte übrigens noch eine Idee, was meine, ach ne, ich kann hier hochgehen, was ich da mit der Mobfalle machen kann da. Ich werde da einfach mehrere Etagen machen. Das werde ich aber wieder in so einem extra, oder offline machen, weil ich dann vielleicht so wieder aufnehme und, ja, ja, mit ein bisschen Vorspulen halt. Da fällt mir ein, ich wusste, wenn wir noch Wasseraffinität, ja, warte mal, jetzt können wir hier, Wasseraffinität, können wir da, ähm, Stärke war für den Bogen, Schutz, äh, Schärfe, äh, Schutz 1, Effizienz. Hm. Hm. Wo ist denn eigentlich? Ambus. Ah, ne. Verzaubern wir jetzt mal eine Runde. Machen wir mal die hier jetzt mal rein, hier. Mal gucken, ob wir noch schön das finden. Hm, nochmal Schutz. Will ich nicht. Dann mal hier noch. Schärfe. Nein, wir haben 25 Level, war ich, ja, dann können wir uns ein bisschen mit anstellen. Aber mein Inventar ist gleich voll. Nochmal Schutz. Den Ball ziehen euch, aber nochmal Schutz, ey, bildet nicht. Schärfe. Nochmal Schutz. Alter. Effizienz, äh, gut. Na, komm, drei machen wir noch. Äh, noch eine Effizienz. Himmel, hier seh's. Noch mehr Schutz. Will ich eigentlich ja nicht. Äh, mach jetzt. Noch mehr Schutz. Äh. 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 Effizienz, Schutz, 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 Schärfe, Schutz, Schutz, Scheiß, Scheiße. Oh, ich will nicht, ich will nicht, nee. So, Schutz haben wir erst mal hier. Wir haben mehr Schutz. Schutz eins. Wir brauchen mal Schutz eins. Hm? Oh. Äh. Haben wir es? Haben wir hier noch Eisen unten drin? Ich hoffe doch. Haben wir. Was brauchen wir denn? Wir brauchen drei mal neun sind 27. Brauchen wir 31. 31? Ich meine. Ja doch, 31 brauchen wir. Dann brauchen wir nämlich erst mal, ähm, ja so, ein, zwei, drei. Das. Das, das, das. Das. Geil. Zählen kann ich also auch. Ich werde besser. Ich wollte hole ich erst mal rinnen. Ähm. Boah, das kommt ja auch noch auf mich zu, war? Immer aufräumen ne Runde. Äh. Ähm. Ähm. Was da rein? Und noch einmal. Nether Marajal hier rein. So, jetzt aber. Zack und weiter jetzt. Ähm. 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 Schutz 2 hatten wir schon. Schutz 3. Schutz 1 hatten wir auch noch mal. Schärfe, 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 Effizienz, Effizienz. So, einmal Schärfe, nochmal Schärfe, Effizienz. Oh, meine Level sind aus. Meine Level sind aus. Meine Level sind aus. Ah, warte mal. Äh, wie geht's runter? Alter. So, Aschmorgen. Geh auf. So, mal. Und? Okay, na da. Sehr schön. Was sagt denn eigentlich? Oh, ihr leckt den aber. Alter. Ah. Natürlich. Natürlich. Jetzt fällt's mir wieder ein. Wie fahren wir denn hier eigentlich? Hör mal. Hör mal runter. Das war jetzt Kacke. Scheiße, bin ich blöd. Oh, nee. Oh, was bekloppte. Voll gepennt, ey. Boah. Na gut, dann ist es eben so. Äh, Futter. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier Hühnchen? Einmal rüber da. Was haben wir hier noch? Hier haben wir immer eine Ofenkartoffel. Und gebraten frisch. Na, ist doch toll. So, hier haben wir Fleisch. Ah, nee. Ist ja kein Fleisch. Äh. Das ist Fleisch. So, Bio-Futter haben wir hier. Oh, die Fläsche. Das da und das da. So. Fangen wir das auch. Ich bin total verwirrt hier. Na gut. Dann hat sich meine Femme... Oh. Ich sollte mir was zu fressen mitnehmen. Natürlich Fleisch. Wozu haben wir das denn? Das Schlimme ist nur, dass die Nacht gleich rum ist. Und mein Schwert... Oh, hier habe ich noch eins. Na gut. Ja, probieren wir das einfach mal. Mehr als sterben können wir ja nicht. So. Zack. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Ja, und dann, was mir ja auch viel verfallen ist. Weil ich habe ja echt überlegt, warum ich diese Endermänner hier nicht finde. Ich bin ja echt so blöd und habe gedacht, ich kann die im Regen fangen. Weil ich natürlich wassertechnisch und Endermänner überhaupt nicht zusammenpasse. Und das nächste Problem waren die Bögen. Wieso komme ich auf die Idee, dass Endermänner sich von Bögen treffen lassen? Haben sie noch nie. Und werden sie auch nicht tun. Jeder, der halbwegs einen Plan hat, dass die scheiß Endermänner von Pfeilen da verschwinden einfach. Dann sind die nicht vorher schon. Boah, zack. Boah. Komm schon raus. Stärke 1. Na gut, der nächste Bögen hat Stärke 2. Das können wir schon mal hin hier. Aber jetzt brauchen wir jetzt noch ein paar Level hier. Und die Hühner natürlich ärgerlich. Nein, nein, nein. Ach. Hm. Nein. Ach man. Ich bin so unkonzentriert. Na komm. Aber ja, der Trank war... Was war der gewesen? Direktschaden? Na ja, Juts. Wir haben ja noch. Können wir ja neue machen. Nicht das Problem. Davon haben wir ja noch von den Zutaten. Was denn das jetzt hier so? Alter, das schwankt... Öh. Das schwankt hier zwischen 15 und 40 FPS. Sollte das meine Hühnerfarm sein? Den werde ich die mal gleich ausmachen. So. Kann ich auch, du. Vollhonk. Ja, und... Tack. Ach, voll assi, ey. So. Fundamentechnisch, hallo? Nur mal zur Info, es regnet nicht. Ihr dürft also gerne vorbei kommen. Und euch zeigen lassen. Es läuft halt gerade ein bisschen unruhig. Verstehe ich gar nicht. Nein, 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 nein. Da ihr sehn, der hat... Der ist in der Luft ge... Ist der Beruf oder wat hier? Der ist in der Luft geflogen und hat einen von den Zombies erstmal schön weit weggeschmissen. So, den Krieg. Den Anlauf. Ja, jetzt aber. So, neuen Level haben wir schon wieder. Immerhin. Das ist das Falsche hier ruhig. Was ist da hinten los? Ohne Ende Skelette. Na komm, die Pfeile holen wir uns einfach. So, hier müssen wir was sinnvolles machen. Enderman, Enderman, Enderman. Das ist die Frage jetzt. Bau ich jetzt tagsüber wieder irgendwas? Alter, gib mal echt hier drei Stück, ja. Vier. Nein, es leckt, es leckt. Warum leckt das? Es darf nicht lecken. Nein, 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 nein. Ich bin erst gestorben. Ich gehöre ein Enderman. Ach nee, draußen fliegt ein Flugzeug. Na, so eine Scheiße. Ich kappte mich fest auf, wo draußen fliegt ein Flugzeug lang. Und ich dachte gerade echt, das hat sich an wie ein Enderman. Alter, ist das geil. So kann man sich irren, Junge. Ey. Ich habe mir einen zu nerven hier. Schon wieder zwei, Alter. Ja, der Baum hilft echt nicht. Noch einer, Alter. Aber skeletttechnisch ist ja richtig was los, wa? So, ist die Nacht rum? Ups. Na ja, ein paar Levelchen haben wir ja. Immerhin. Da ist er, da, 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 da. Das war jetzt doof. Ich muss vorher hacken, sonst macht er mich platt, aber er ist da. Er ist da. Er ist da. Ich kann ihn nicht sehen. Scheiße. Ich musste erst mal healen. So ein Mistverfluchter. Oh, verdammt. Da ist er. Da war er. Oh, da. Komm her, komm her. Da ist noch einer. Jetzt kommen sie doch langsam hier. Jetzt läuft doch langsam. Komm, zeig dich. Er kriegt dich. Komm her. Ja, komm, 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 komm. Ich höre dich doch. Hau ab. Oh, nie. Nie. So knapp davor. Aber ich höre immer noch einen. Der brotet sich doch die ganze Zeit und ich höre ihn grunzen. Wo ist er? Da. Äh, 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 äh. Hallo? 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 Ich bleib jetzt hier, bis der da ist. Alter, wo ist der? Zeig dich. Der ist echt unglaublich. Da ist er. Da ist er. Komm her. Komm her. Komm her. Und ich hab ne Änderperle. Ich hab ne Änderperle. ich hab ne Enderperle, ich hab ne Enderperle, hab ne Enderperle, hab ne Enderperle, ich hab ne Enderperle, ich hab ne Enderperle. Oh, muss ich denn nach Hause? Hallo? Mutti? Mutti, wo komm ich denn nach Hause? Mutti, ich hab ne Enderperle. Mutti? Hallo? Nee, das Umpf ist falsch. Hallo? Darüber, wa? Ich hab ne Enderperle. Ich hab ne Enderperle. Ach, hier ist noch Lehm. Oh, Lehm. Mutti, ich komm nach Hause, ich hab ne Enderperle in mir weg. Ein Knochen. Ja, ich hab ne Enderperle, ich hab ne Enderperle, ich hab ne Enderperle, jawoll. So. Sehr schön. Sehr schön. Dann krieg ich doch echt die gute Laune. Gut, Freunde. Ich seh, wir sind wieder bei 16 Minuten. Ich werd mal echt die Folge beenden. Und, dann sehen wir uns denn morgen mit Sicherheit wieder. Sofern nur noch Bock hast, zuzugucken. Und, ja, so. Ich geh jetzt mal wieder in mein sicheres Äckchen. Halt. Lass mal hier Leckursache erstmal ausmachen. Alter, das nervt. Die anfängt zu lecken, hier ist Kacke. Ja. So, wunderbar. Können wir hier nämlich stehen bleiben. Und direkt mal schlau machen, wie ich ne Enderkitze mache. Damit ich ja meine Ziele hier fertig machen kann. Bedankt mich für's Zuschauen. Bis morgen, Freunde. Und tschüss. 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 Tschüss.